hallo zusammen ich wollte mal ein kurzes update video machen ihr habt ja schon seit vier monaten oder so nichts mehr von mir gehört nein mein kanal ist nicht tot aber im moment sieht es einfach so aus dass ich sehr viel zu tun habe wie ihr seht im hintergrund meine powerwall die läuft schon lustigerweise es gibt hier ihr seht es da unten schon einen zusatz akku um die wall zu vergrößern warum ich mich nicht gemeldet habe daran dass ich vater geworden bin das ist natürlich eine super tolle sache freue ich mich mega darüber deshalb bleibt hat youtube im moment so ein bisschen auf der strecke aber ich dachte mir jetzt ich muss jetzt einfach mal kurz ein update raushauen damit ihr wisst dass ich noch da bin ich habe auch vor in der nächsten zeit auch mal wieder ein video zu machen wenn ich dazu kommen das wird wahrscheinlich in erster linie hier von der powerwall sein und in der zweiten linie wird es unter anderem eine anlagenerweiterung bei mir geben und zwar auf dem westbalkon also nur dass du bescheid bist alles gut bei mir ich wünsche euch was ciao euer manu und sonnige tage nochmals abde ich mich mal schaffen so ich habe es ich habe es ich habe dass